Herzlich Willkommen bei Angelberger in 2022. Wir wünschen euch ein gesundes neues Jahr und natürlich viele tolle Angelerlebnisse in der neuen Saison. Auch bei uns gibt es jede Menge News zu berichten und es freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Zum einen haben wir in unserem Angelshop im unteren Bereich einen Multimedia-Bereich eingerichtet. Dort findet ihr News über unsere Produkte sowie Angelvideos und unseren Angelguide. Denn die letzte Adventskalenderzeit hat uns gezeigt, dass ihr sehr dankbar wart über Erklärungen über unsere Produkte sowie Tipps und Tricks und fängige Fangmethoden. Und genau da möchten wir in 2022 mit euch gemeinsam durchstarten. Denn nichts ist besser als erfolgreiche Angler in unserer Kundschaft zu haben. Bei den Produktneuheiten gibt es ebenfalls jede Menge zu berichten. Was das so im Groben und Ganzen ist, zeigen wir euch jetzt. Kommt mal mit. Um euch die ganze Palette an Neuheiten besser zeigen zu können, zeige ich euch hier am Whiteboard unsere Marken, wo ihr neue Produkte sehen könnt. Der erste Punkt ist die Combat Carbon. Dahinter verbirgt sich eine Steckruten-Serie sowie eine Tele-Ruten-Serie. Perfekt für den Allrounder abgestimmt. Unsere Warthose im Frühjahr besticht durch ein perfektes Preis-Leistungs-Verhältnis. Ihr werdet gespannt sein, für wie wenig Geld man eine gute Warthose bekommt. Unsere Complete Angelsets werden die Speerspitze der neuen Saison. Denn sie sind komplett aufeinander abgestimmt, damit der Einsteiger alles hat, um erfolgreich angeln gehen zu können. Und damit er noch besser Fische fängt, packen wir sogar noch eine Anleitung dazu. Mit den neuen Fieder-Ricks könnt ihr erfolgreich den modernen Fiederangeln frönen. Damit ihr noch einen richtig guten Köder habt, haben wir sogar noch die passenden To-Tone-Pop-Ups zum Fiederfischen entwickelt. Dies ist eine Beispieldose. Diese wird es noch in weiteren Farben geben. Ihr dürft gespannt sein. Bei unserer Karpfenmarke Magic Baits dürft ihr euch bereits im Frühjahr über unsere neuen EVA-Taschen freuen. Diese haben wir bereits in unserem News-Bereich im Shop angekündigt und diese werden voraussichtlich Mitte bis Ende Januar im Shop für euch erhältlich sein. Mit unserer neuen Premium-Range werdet ihr richtig Freude haben. Unsere Team-Angler haben die in der alten Saison fleißig getestet und dabei richtig abgeräumt. Mehr berichten wir euch dazu später. Ein Highlight ist die Magic Baits Extension Karpfenrute. Diese Route ergänzt unser Programm im modernen Karpfenangeln und überzeugt durch ein extrem kompaktes Transportmaß sowie einer modernen Ausstattung, was eine coole Karpfenrute zum heutigen Karpfenangeln alles benötigt. Im Wild Devil Baits Bereich, das ist unser Raubfischprogramm, dürft ihr euch bereits im Frühjahr über unseren neuen Fluo Shiborashka freuen. Diese kommen mit auffälligen Farben und bilden die perfekte Ergänzung zu der modernen Shiborashka-Angelei, die gerade für Barsche eine Waffe ist. Die Devil Stick zeige ich euch dann drüben nochmal für unsere Präsentationsfläche im Ganzen. Denn diese Route wird schon im Januar erscheinen und ist echt der Hammer. Des Weiteren arbeiten wir an einem neuen Programm für Blinker und Spinner. Denn der altbewährte Heavy Metal Köder ist immer eine Waffe, wenn es auf die Jagd zum Beispiel nach Hechten, Barschen oder Forellen geht. Und gerade da dürft ihr über extreme Neuheiten gespannt sein. Hier halte ich die Devil Stick Extension in der Hand. Eine unserer neuen Routen im Wild Devil Baits Raubfischprogramm. Diese Route ist eine echte Allround Waffe und eignet sich zum Jicken sowie zum Finesse Angeln, zum Beispiel Dropshot oder Carolina. Wie diese aussieht, schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Die Devil Stick Extension ist 2,45 Meter lang und besticht durch ein äußerst kompaktes Transportmaß. Denn wie der Name schon sagt, Extension ist das Handteil teleskopierbar. Und dadurch erreicht man ein äußerst kompaktes Transportmaß. Dank dem Wurfgewicht von 15 bis 50 Gramm ist es der perfekte Begleiter zum Jicken oder auch zum Barschangeln mit der Dropshot Methode. Das moderne Camo Design macht echt Spaß am Wasser und ist der perfekte Begleiter zum Jagen eurer Raubfische. Das Besondere der Route ist die farbige Spitze. Daran könnt ihr super Bisse erkennen, wenn ihr zum Beispiel mit der Finesse Angel Methode angelt. Über diese tolle Kohlefaserroute dürft ihr euch bereits im Januar im Shop freuen. Damit seid ihr perfekt für die neue Raubfischsaison ausgestattet. Um euch den Einstieg in die moderne Karpfenangelei zu erleichtern, findet ihr bereits jetzt im Shop unseren neuen Ready to Fish Complete Sets. Diese Ricks beinhalten alles, was man zum modernen Karpfenangeln braucht. Und was ihr dazu noch wissen müsst, befindet sich auf der Rückseite. Somit seid ihr ab sofort einsatzbereit. Das waren nur einige Neuheiten für die kommende Saison. Damit ihr 2022 nichts verpasst, solltet ihr unbedingt unseren YouTube Kanal abonnieren. Des Weiteren könnt ihr unten bei uns im Shop unter dem Multimedia Bereich permanent schauen, denn wir veröffentlichen regelmäßig News sowie neue Angel Videos. Mich würde es freuen, euch das nächste Mal wieder begrüßen zu dürfen. Viel Spaß und bis dahin, euer Marcel. Bis zum nächsten Mal.